Musik Damit wir unsere Passion weiterhin mit Herzblut dahinter gehen können, braucht Burkerts Mathe unbedingt eine Erweiterung. Gemeinsam und vereinsbegreifen. Musik Wir vom Lichtathletik Mutschellen haben hervorragende Trainingsbedingungen auf der Burkerts Mathe. Da sind wir richtig dankbar dafür. Aktuell teilen wir uns die Anlage natürlich mit allen anderen Vereinen. Wir haben zwei Abends gut und möchten in Zukunft den dritten, vielleicht den vierten Abend trainieren können. Für das brauchen wir das Kunstrasenfeld, dass wir besser aneinander dabei kommen. Helft mit, wir sind euch dankbar. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020